Was soll denn jetzt noch machen gegen die alle? Alle kann ich nicht töten. Ich muss doch da drüben lang. Lauf! Wo komm ich denn jetzt hier raus? Da noch? Da noch? Oh Gott! Oh Gott! Ich konnte nicht speichern. Super, wie weit fahre ich jetzt zurück? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Also da. Ja gut, bin ja nicht allzu weit gelandet, zurückgefallen. Jetzt die Schnauze jetzt. So, da komm ich nicht lang. Ja klar, der gibt mir jetzt wieder Fett von der Breiten. Jetzt weg! Lauf! Isaac! Lauf! Lauf! Ich weiß nicht die anderen, wenn das da ist. Oh Gott! Hier? Was hab ich denn noch? Oh Gott! Lauf! Oh! Oh! Da ist alles voll von der Nasis! Kann ich hier raus? Kann ich hier raus? Nein, kann ich nicht. Da hab ich jetzt auch nichts mehr. Ach. So, der ist weg. Nachlang kann ich auch nicht mehr. Was soll ihn jetzt noch machen gegen die alle? Alle kann ich nicht töten. Ah, hab ich dazu keine Munition. Und ewig weglaufen kann ich auch nicht. Können wir letztes Medikit noch nutzen? Dumm. Dann hab ich eigentlich noch genügend. Erstmal den kleinen hier weg machen. Irgendjemand fährt ständig die Türsteuer. Boah. Ich hab das Schloss jetzt überwollt. Nein! Geh weg! Weg! Ich will hier raus. Geh weg. Gott sei Dank. Ja, jetzt hab ich gar nichts mehr. Ja. Muss ich hier einsetzen. Wenn ich auch gar nichts mehr habe. Brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche ich. Setz ich auch sofort ein. Medikit. Plasma-Energie hab ich auch wieder. Wie viel Schuss hab ich jetzt? Sechs. So, hier. Noch mehr Plasma-Energie. Zwölf Schuss. Okay. Nee, trotzdem geht über die Treiter. Da hab ich ein paar mehr Schuss. Ich hab wieder noch ein Inventar. 98. Okay, da hab ich jetzt noch über 100 Schuss Munition für diese Waffe. Das müsste ja ein bisschen reichen. Noch mehr Plasma-Energie. Wie... Da hat ein Funkel noch was. Ah, wo soll ich da hin? Wie komm? Wie komm ich denn da hin? Ähm... Rechtsklickern. Ah, irgendwo ist das da mein Traktor-Beam. Wo ist denn der? Okay. So. Komm ich jetzt hinterher? Nein, komm ich nicht. Also komm ich nicht hin. Egal. Machen wir weiter. Ähm... Wir haben nur noch ein paar Minütchen. Deswegen mach ich jetzt hier weiter. Ach... Nicht schon wieder. Oh Gott. Geh weg. Probier ich ihn jetzt. Ach so, jetzt bin ich seitlich von dem Krieg. Da brauch ich meinen Cutter. Ah, um die Dinger wegzumachen. Der ist im Zweiten um die Ärmchen. Das ist ein Arm. Der ist weg. Der muss weg. Die ganzen Ämchen müssen... Die ganzen Ämchen... Oh Gott. Isaac, du bist jetzt fast tot. Die Ämchen... Shit. Ich darf mich jetzt aber nicht treffen lassen. So. Das war's. Das Ding ist erledigt. Und ich guck's jetzt nochmal, aber den... Den... Das ist fast salzig. Das ist super. Aha. Gott. Da ist nochmal einer. Hat er noch einen Arm? Das Ding da? Na, gleich hin machen. Ist er jetzt down? Oh oh. Oh oh. Letzter Cutter-Schuss. Hab keine Munizierung... Äh, für den Cutter. Oh oh. Der muss sitzen. Jetzt hab ich ihn. Oh, jetzt krieg ich aber nur wieder... Ist ja nicht verkehrt, wenn ich mal Leben bekommen könnte. Oh, Medipid. Medipid. Gott sei Dank, ein Medipid. Und was ist das? Gold. Nur Gold. Ist gar nichts wert. Wie ist er das? Dieses Bastard. Beweg dich hin, du bist tot. Ja, ich bin auch gleich tot. Das ist mein Problem. Was? Wie bitte? Na, die Blatt nur. Sauerstoff. Brauch kein Sauerstoff. Soll ich erlösen? Du überlebst das eh nicht. Ich auch nicht. Aber von dem her... Ist es doch egal. So. Das nachladen. Und das nachgeladen. Aber trotzdem bleiben wir bei dieser Waffe. Da habe ich immer noch mehr Munition. Solange der Wahnsinn nicht in der Nähe ist, ist mir das egal. Mal. Obwohl ich was finde mal, was mich hier heilt. Aber ich sehe hier einen Speicherort. Und das heißt, meine Freunde, wenn ich speichern kann. Genau. Heißt das, das war's jetzt auch für diese Folge. Es waren wieder, puh, spannende 50 Minuten. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Und das nächste Mal geht's spannend weiter, weil ich so gut wie kein Leben mehr habe. Medikid, Medikid, alles Medikid. Persönliches Logbuch von Dr. Janice Mercer. Oh, medikid. Der Profan reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Gut. Oh. 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 Mein Proband wird unruhig. Geduld. Sehr bald. So, das machen wir noch geschwind und dann machen wir Cut. Bitte zum Abschluss mischen. So, das haben wir. Wir sind das auch auffüllt. Ah, der unten aufgegriffen. Das war's Isaac. Jetzt musst du nur noch, dass es reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle. In Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Ach, 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 was war der Linse halt? Das ist die Frage. Jetzt bin ich aber besser. Isaac, er hat den Druck auf den gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Näh. Du machst das auch, dann machst du nichts. Was ist mit der Tussi? Ja gut, die hat's ja auch. Dann erwisst du, wenn kein Sauerstoff mit da ist. Also atmen müssen sie ja. Auch wenn sie geblättert. So, das will man erstmal einen Sauerstofftank schwind auf. Und jetzt geht's weiter. Okay, machen wir doch noch eine Folge mehr. Wisst ihr Wurst? Oh Gott. Ah, die habe ich jetzt natürlich alle übersehen. Gott. Doch nicht weitermachen. Cutten wir das bis nächste Mal. Und ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Deswegen bis dahin. Ciao Leute. Und schaut rein bei den nächsten Videos und so. Kommt bald ein Spezial. Tschö. Tschö Nires Tschö. Untertitelung des ZDF, 2020